in die piste war und der ersten mehr zwischen banger music music und allround pc eure tipps gern wie immer in den chat und damit geht es jetzt hier los und dann bis hier wieder auf der c auf der tseite starten dürfen wir mal die schwächeren seite auf dem pick von banger music mit dem ersten schönen klick ich brauche nicht auf aber wie noch eben gerade in der vorherigen die nächsten iras nochmals dico rausnehmen jason und sim beide low was schaut in kitchen comment comment jason mit dem nächsten kontakt sim muss ich da nicht verstecken jason macht die arbeit sehr gut beide low iras mit dem ersten und auch der zweite headshot sitzt exzellent auch hier wird die erste die runde erstmal dem cts geschenkt starten in der zweite runde und bis jetzt auch hier wieder gekauft erst der kill erst der headshot das für rasur mit der weasel nicht ganz in den fokus hatte das für rasur jetzt hier gegen zwei simply dann zu stark mit der ak und es ist hier vorteil momentan von around pc aber zu baza schon an short hier an ort und stelle wo er zu sein ist zu sein haben zu sein stehen muss ich schaue sie meine das video kitchen comment aus dem air aus bombe wird zwar durchgelegt drei spieler geholt leider akkas gesaved aber von banger music ja wo er eben zu stehen wo er eben stehen muss an ort und stelle ich sehe gerade leider die richtige satz grammatikalische satzkonstruktion nicht ein satzkonstellation mein gott heute ist eigentlich der boom drinnen gerade bei sim aber nicht denn der holt mal zwei zu baza on fire nur noch jason bombe liegt ganz unglücklich für ihn naja ich weiß aber ich krieg das dann selber aus wenn ich dann wenn es mir das dann nicht richtig einfällt ja genau spät mal mein gesicht hier rein leute müsst nur auf meinem kanal abonnieren dann hab ich das auch es ist hier mode auf twitch um mal hier kurz mal werbung zu machen ja ok ich zeig euch ja sim wo ist sim sim ist die null bitte bitte bml nennen da kannst du auch nichts sehen das ist smoke so sim geht vorwärts kriegt hier aber raikun nicht down denn das ist dann jasons job und der zu baza ich bitte dich mach dir jetzt noch einen vierten schönes 4k also wenn ich jetzt die mode haben wollt geht auf meinem kommt auf schaut auf meinem twitch kanal vorbei ja genau cute as fuck jason is on fire as fuck so jason in b apps wird da gleich das duell gegen zwei gewinnen müssen die eine näht wird ihnen jetzt sogar den den standen verraten holt sich ja einen weißer und zweit ist sim aber zu stark iras mit dem headshot gegen sim also immer noch in dem spot zu baza diesmal nur ein kill ist schwach das war schwach jason im klutsch grasur mit dem nächsten kill die runde 2k durch ihn zu baza nur ein das ist dann zu wenig für seine verhältnisse momentan topfrager out of this world ich glaube die näht war leicht verworfen war damit zwei nehmen nur mit einem ihres ist da auch noch das wird das 6 zu 0 sein für die dänger musik das wird das 6 zu 0 sein für die dänger musik jason hat aber die bombe dar wird hier nochmal auf dem bspot kommen DCP's Lemon Squeezy Nette Position in der Kitchen Aber wir sehen es Tsubasa Schließt da eher zu seinem Mate Rasur auf Dass sie beide über Short kommen Haben wir noch Zwei Smokes Ein Molotov Ich freu ja da Wenn sie den Molotov Richtung Küche werfen Dann ist es eigentlich vorbei So Bombe tickt Hat der Spieler gesehen Jason verschiebt Fünf Schuss im Magazin Und das reicht dann nicht Da fehlt dann ein Schuss Da fehlte ein fucking Schuss Eine Kugel Manchmal muss man auch nachladen Schade ne Nächste Runde für Banger Musik Raikun gegen Sim Baza gegen Seko Jason Ersten Kill für Banger Mutzik Nummer 2 in Simpli ebenfalls erfolgreich Nur noch Rasuren Jansen am Leben Diesmal soll es doch aber sein Und Rasur wird von Wiesel geholt Schöner Backstep Jansen im Bündow alleine Wurzsichs war jetzt noch Frau Wiesel Eins gegen zwei Das ist machbar Geht hier sogar noch mal um die CT Hat auch die Zeit Die Bombe ist noch nicht gelegt Alle drei Spieler sind low Jason mit 900 HP Das spielt aber mit den meisten HP Das soll aber schon was heißen Und da fliegt aber auch Jansen Heilige Makrede Mal richtig schön Untergeflogen Heißt Wenn ich Ihnen dir sagt dass wenn banger musik die runde zu holten ist es ein krasser reset aber banger musik 6 und geholt kein wirklich starkes equipment hier von ihnen also mit dem ersten cq kann ihn aber an jansen aber vorher noch holen und hast du solche spiele dabei das ist ja unglaublich zimmer als last man standing wo sie noch mal zwei eins gegen zwei erarbeitet geht auch den nächsten spieler das wird jetzt du mal richtig schwer für banger musik hier noch mal zu retag auch wenn sie in der überzahl sind da wurde die waffe geholt aber weiß ich dass da beide kommen und was ist das schön laufig das ist ja phänomenal gespielt sim du geiles tier da gibt es doch loll richtig stark gespielt nicht nicht gierig geworden dass er ihn dann den erstgleich holt sondern vorbeilaufen lassen und ich glaube das waren 1 gegen 4 klatsch oder oder sogar 1 gegen 5 und sim dreht weiter auf der show direkt macht gerade was er will so wie soll mit dem nächsten sim leider schon gefallen in den jungle rein iras interessiert das eher weniger eine 40 ap sagen alles hätte flash ihn nicht erfolgreich war wie akv iras wir können auch schon auf 3p runter aber jason vollendet das jetzt hier der bomben plant nicht gut gewählt nur der anhalt noch nicht mal der anhalt und da kommt die pause und pc jason mit 10 sim mit 9 der rest ja gut simte mit 6 ist auch noch aber dann hast du da zwei wobei das bei beiden teams zwei spieler mit drei kills hast du jen spieler mit 10 hast ja auch ein spieler mit 9 ok baza 10 kills mehr als simply aber trotzdem so von dem von von den steps her sind sie doch ausgeglichener als man vielleicht jetzt vermuten mag auch wenn sie 6 zu 3 gerade steht ein paus von around pc gecold wir warten auf niemanden mehr es geht direkt weiter in die runde zu baza auch hier mit dem ersten kill aber rasur holt hier auch den zweiten spieler den dritten spieler bereits sogar von around pc ja bombe ist eigentlich schon verloren an short rasur sieht hier auch schon weasel der wird hier sogar von jansen aus das spieler nur noch jason leben und der muss jetzt hier irgendwie eine minute überbrücken oder noch klatschen oder keine ahnung was machen jedenfalls wird das jetzt eine ganz lange minute werden damit ist es jetzt aber die siebte runde für banger musik gegen all around pc und damit ist es jetzt die siebte runde für banger musik gegen all around pc hier und ja auch auf wie hier den first track den second track ebenfalls und dann ist ja noch jansen da da kann da weitermachen wo sein mail angefangen hat kann doch nur ein ton simply mit der diesel rasur ist ja immer noch am leben jason 4 hp left gegen 4 das wird auch nicht mehr machen rasur hat hier noch bock 4 kaffein das ist damit hier die achte runde sein was du jetzt hier also auch auf dem arz oder erfolgreich ist auch gerade überall ihrer das ist die neunte runde und damit auch jetzt hier für bayer musik in der ersten half noch die möglichkeit auf zehn runden zu kommen 4 3 runden sind noch zu spielen dass man könnte sogar noch die zwölfte runde kunde ersten halbzeit wenn das mal nicht wieder ein omis for allround pc mirage läuft überhaupt nicht für sie aber nächste map ist nuke der map pick von allround pc ich glaube wir gehen dann insgesamt drei maps aber die ersten müssen noch gar nicht vorbei also sollen wir nicht morgen vor dem abend loben da Was ist das? tatsächlich noch mal oder 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 ja die nate schwach geworfen nicht platziert genug nur noch jansen gegen zwei seko hätte eigentlich schon gehen können jetzt liegt auch er am boden ganzen mit 100 gegen wiese mit 100 und er hat die ak das heißt er braucht nur einen schott selbst in den kopf und so kommt deswegen kommen musste vierte runde von pc wieder die bombe plänen können diesmal auf dem a-sport noch zwei runden in der ersten halbzeit zu spielen ja 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 ganz noch sehr ruhig auch wenn also schon gefallen ist ist die runde bisher doch sehr ruhig wir sind hier wieder in den bb sehr weit vorne kommt sofort flash aber das ärmchen gesehen jason ist aber da stehen muss auch den b-split zu basa bisher noch unentdeckt auf dem a-spot holt sie jetzt den bombenleger 30 sekunden auf der uhr und sie hat nur einen spieler unten zu basa holt sie den nächsten das darf doch nicht wahr sein dass er ein spieler so wie er da um machen darf dann 20 seconds jetzt hier um kam mit der wp muss die no scope setzen aber zu basa hat das paar excellence hier gespielt 10 runde also für die banger musik wir gehen in die letzte runde der ersten halbzeit 12 Okay. geht jetzt hier nochmal rasant richtung zu bahn ist auch hier wieder eine ort und stelle 2k für ihn holte die runde zusammen mit seinen maids ja mein kids gemacht hat dann drei wie es ausschaut hat die anderen drei gerade rai kuhn gemacht also die beiden spieler sind dann hier für die letzte runde verantwortlich elf zu vier stets damit in der ersten halbzeit nach der ersten halbzeit auf mir den map pick auch von banger musik also muss ich bei apc jetzt noch gar nichts vor einen kopf werfen lassen wir haben danach noch nie den eigenen pick und als letzte map dann auch noch als dritte map als designer map noch cash auch wenn cash gerade nicht optimal lief also damit starten wir jetzt hier in die runde wir sind auch schon in der mitte vertreten wiesel mit dem ersten klick für die zweite halbzeit zwei spieler in der mitte einem palace einen vb abgestellt hat sich bei rom pc auch zurückgezogen aus dem window wesel jetzt wieder einnimmt dann noch mal kurz rein gelugt hat aber auch gemerkt nope da ist nix er kommt nix noch mal kurz Kontakt auf A in der Mitte, Raccoon, hoho, schöne zweite Stelle. Und Rasur macht genau da weiter, wo Raccoon gerade angefangen hat, mit Headshots erteilen. Und zack, bum, bang, bist du nur noch alleine. Insofern ist es CXQ, aber auch der macht die nächste zwölfte Runde für Banger. Das ist schon mal ein netter Anfang. Ich kann hier nochmal ganz auf die Stats schauen. Barsar 25,7. Rasur 20,7. Top-Frager vom Server. Gras, hier ist der Headshot gegen Sim und sie haben diesmal nicht gekauft. Doch, sie haben wieder runtergekauft. Also Around PC kauft hier sehr oft auch in der 2nd Round. Und wenn Banger da aufgepasst hat in dem Match zuvor, dann wissen sie das. Weasel mit der MP9 macht hier 2. Und noch einen dritten. Nein, die Munition ist alle. Barsar jetzt hier mit der Mac-10. Jetzt, jetzt fällt aber Weasel. Und auch Jason ist nochmal ordentlich in die Brust geschossen. Schlussendlich holt ihn einen Raccoon. Nur noch Simply am Leben. Aber der hat hier eine interessante und gute Position gewählt. Iras. Überrascht. Kommt hier an die Arcana mal ran. Wird jetzt hier nochmal richtig spannend. Aber Raccoon. Hat hier das Glück, dass Simply kein Kevlar hatte. Und somit die 13. Runde für Banger muss ich gegen Around PC, die sich so langsam, aber sicher, Gedanken machen müssen, wie sie das Ruder hier nochmal rumdrehen. Erstmal die Full-Eco und Iras darf Geld farmen. Zumindest 2 Kills hat es gereicht. Der Rest auf dem Weg Richtung B. Wiesel wird da aus der Luft rausgenommen. Um das nochmal ganz kurz anzumerken. Der Sieger aus diesem BO3 ist bereits dann in der Division 2 angekommen. Das nochmal ganz kurz hier zu sagen. Also es geht hier wirklich um den Ausstieg in Division 2. Wer das Match hier holt, der ist aufgestiegen. Das Ganze schießt. cq kein zubasa gesehen ja ich weiß ja also zubasa scheint mir da ein bisschen unentdeckt zu sein jetzt wurde er gesehen wie es mit dem ersten einem infopeak info jump können da sogar noch mal einen zweiten ansagen zum klieben in bolina hand orientiert nur noch als sohn ihres am leben und short gegen seko verschossen wiesn holt sich rasur damit die fast flau des randes die sich hier die fünfte runde holen können die erste ct runde im spiel für allround pc muss ich muss ich aber gar nicht mal so also eine ct runde ist noch zu verkraften für banger muss ich wenn das jetzt hier aber mehr werden sagen wir die holen jetzt hier noch weiter steht auch am 14 10 dann sollte mich schon mal langsam fragen stellen warum warum sind sie jetzt so erfolgreich wieso kommen wir nicht auf die sports drauf war soweit sind wir noch gar nicht erst mal muss hier noch eine runde nach der anderen für allround pc geholt werden jemand hier von irgendwas anderem sprechen kann für banger muss ich sind ja nur zwei runden wir müssen sich nur in zwei runden goldene calls geben und dann ist das ding vorbei seko hätte meiner meinung nach rai kun da deutlich früher holen können er hebt da perfekt auf den kopf drauf und schießt ziemlich spät dadurch nur 33 ap noch der molotov der felter verbrennen zu baza holt ihn sich aber vorher damit überzahl nach wie vor für allround pc aber nur 14 4 ging 3 dass da noch ein spieler hinter ihnen ist das ist ja unglaublich zu bahn von swize geholt iras vom spot jansen ebenfalls jetzt ist es hier ein zwei gegen eins nur noch jason macht hier aber noch gar nichts der ticket iras wird gesehen jansen gegen jason die ak jetzt die nummer vor neben dem perfekten timing rumgezogen das ist die fünfte runde für banger musik und arm pc muss jetzt hier zehn runden am stück gewinnen um die oberten zu kommen 10 das sieht mir doch schon sehr danach aus als wenn ihr banger musik die erste mit für sich entscheidet wohlgemerkt ist es ja eigener map pick sind die kann ja einholen kann hier keine zweite mehr holen noch zeko und jason gegen drei bomben ist gelegt zeko macht er mal zwei doch ein noch einen weiteren jason artikel aus dem jungle raus da kann er nicht mehr viel machen das muss die 16 runde eigentlich sein wenn er nicht hier noch irgendwie komplett eskaliert ein bisschen gestruggelt der liebe iras sehen springer musik mit der ersten map mit ihrem eigenen epic wir sehen uns live wieder auf dem epic von apc bleibt dran wir gehen eine ganz kurze werbeunterbrechung und wir sehen uns dann hier gleich wieder bis gleich